Hallo, heute möchte ich euch das Duett dem Buktu vorstellen. Ihr könnt es wie immer für 1 Euro erwerben. Es kommt in 5 Variationen, die MP3. Nur Saxophone mit Rhythmus, ohne Rhythmus, erste Stimme mit Rhythmus, zweite Stimme mit Rhythmus, nur den Rhythmus. Und die Noten natürlich in allen möglichen Kombinationen für alle möglichen Blasinstrumente, auch Trompete, Posauner, Flöte, Klarinette. Aber in der Hauptsache Alt- oder Tenorsaxophon oder Sopranbariton. Also viele Variationen. Hört einfach mal rein, im Hintergrund läuft es. Wenn es euch gefällt, meldet euch. Ansonsten einen schönen Tag noch und bis demnächst. Tschüss, Milo.